Herr Gülpasch, es hat gut begonnen, aber dann irgendwie sah man Hilflosigkeit. Was meinen Sie? Ja, ich denke, gut, Spielverlauf, wir fangen gut an, ja, machen sogar das 1-0. Aber ich glaube, irgendwie hat uns das dann auch ein bisschen gehemmt. Wir haben dann gedacht, das geht jetzt von alleine nach dem 1-0. Ja, wir waren dann einfach im ganzen Spiel 90 Minuten unterlegen, auch jeden Zweikampf verloren, auch Laufbereitschaft war nicht da. Und wenn man das jetzt im Fußball nicht hat, dann gewinnt man auch kein Spiel. Und ich denke, warum hoch verdienen der Sieg für Niefern? Von der Höhe auch kann man auch so davon ausgehen, ja, ich weiß nicht, ob die Tore jetzt abseits waren, aber wenn auch kein Abseits war, trotzdem darf das nicht passieren, dass wir dann zu Hause so hoch verlieren. Aber zu Hause läuft es irgendwie nicht gut diese Saison. Als ich die Tabellenstatistik angesehen habe, sind Sie da als ziemlich heimschwach geführt im Vergleich zu Ihrer Auswärtsstärke? Ja, das ist richtig. Also irgendwie zu Hause haben wir irgendwie ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es Ihnen nicht sagen. Auswärts tun wir jetzt etwas leichter, das stimmt. Es ist halt Fußball, da kann man nichts dagegen machen. Man ist mal auswärts stark, man ist mal heimstark. Wir sind halt momentan in dieser Saison auswärts stark. Wir müssen halt daran arbeiten, dass wir auch mal zu Hause mal die Punkte holen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man zu Hause mal die Punkte holt. War das schon die Voranscheidung beim Rennen um den Relegationsplatz? Nicht unbedingt. Es sind nur sechs Punkte zum zweiten. Ich glaube, sechs Punkte sind das. Es sind zwei Spiele, da kann alles passieren. Also ich glaube, der erste Platz ist schon so gut wie vergeben, sage ich jetzt mal. Also für uns. Also wir kommen da jetzt nicht mehr ran an den ersten Platz. Das wäre unsere letzte Chance heute gewesen. Hätten wir heute gewonnen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mitmischen hätten können. Aber wir konzentrieren uns einfach von Spiel zu Spiel. Ja, wir haben keinen Druck. Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen. Von daher müssen wir gucken, dass wir nächste Woche mal ein gutes Spiel machen wieder und dann einfach mal wieder das Spiel gewinnen. Der nächste Gegner lautet für Sie Büchenbronn bei einem Auswärtsspiel. Was meinen Sie, was das für ein Spiel wird? Ja, es wird auch ein sehr, sehr schweres Spiel. Ja, Büchenbronn ist sehr zweikampfstark. Ja, es sind auch sehr robuste Spieler. Da müssen wir halt mal dagegen halten. Also wenn wir es so machen wie heute, dann sieht es natürlich schwierig aus. Da müssen wir jetzt die Woche im Training daran arbeiten. Ja, Zweikämpfe werden wir trainieren. Ja, dass wir da reinkommen. Und dann hoffen wir, dass wir durch unsere Auswärtsstärke, dass wir da wieder was holen können. So viel ich mitbekommen habe oder zumindest weiß ich nicht genaueres darüber Bescheid, wie Ihre Zukunft beim Verein jetzt aussieht. Können Sie uns Näheres dazu sagen? Ja, die Gespräche sind gerade am Laufen. Muss man alles nochmal abwarten, wie es jetzt noch weiter läuft. Der erste Ansprechpartner wird natürlich Fahrtisbau sein für mich. Und dann wird man sehen, was passiert. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Dankeschön.